Die Locanda Casa Quirini befindet sich in einem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, gegenüber dem stillen Campo San Giovanni Novo. Das ist ein typischer venezianischer Campiello mit ruhiger, angenehmer Atmosphäre, durchwandert von Venezianern auf dem Weg zum Zentrum. Hier, fünf Minuten vom Markusplatz und zehn von der berühmten Rialto-Brücke entfernt, umgeben von Museen, Restaurants und Läden, werden elegante Zimmer vermietet. Beim Empfang sind die Besitzerin und ihr Personal immer bereit, sie zu beraten, wie sie den Zauber Venedigs am besten erleben und ihren Aufenthalt angenehm und unvergesslich machen können. In den beiden Frühstücksräumen wird jeden Morgen ein warmes, köstliches Frühstück mit Brioche, Kaffee, Tee, Orangensaft, Marmeladen, Toast, Honig und Cornflakes serviert. Im Frühling und im Sommer speist man draußen mit Tischen und Stühlen und zwei großen Sonnenschirmen. Das wird sehr geschätzt, der Schönheit wegen und weil man hier in ganz privaten Rahmen herrlich ausspannen, lesen und guten Wein trinken kann. Die elf bequemen und großen Zimmer, eingerichtet im venezianischen Stil des 18. Jahrhunderts, haben alle Bad mit Dusche, Föhn, Waschbecken, Bidet, WC und sind mit Fernseher, Telefon und Klimaanlage versehen. Einige Zimmer blicken auf den Campiello. Musik Musik